Sie fühlen sich wohl? Das ist gut so. Viele Krankheiten beginnen leider schleichend. Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen. Man spürt erst einmal nichts. Aber daraus können sich schwerwiegende Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall ergeben. Darum sollten Sie die Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen wahrnehmen. Sie haben Anspruch darauf. Was beinhaltet der Vorsorgekalender für die Frauen? Ab dem 20. Lebensjahr sollten die inneren und äußeren Geschlechtsorgane untersucht werden. Hier wird ein Abstrich des Muttermundes und des Gebärmutterhalskanals entnommen und mikroskopisch untersucht. Ab dem 30. Lebensjahr sollten die Brustdrüsen jährlich untersucht werden und auch die Lymphknotenstationen in den Achselhöhlen. Mit dem 35. Lebensjahr sollte auch die Körperhaut von Kopf bis Fuß alle zwei Jahre untersucht werden. Ebenso das Herz, die Nieren und der Stoffwechsel auf Blutzuckererkrankheit. Alle zwei Jahre. Ab dem 50. Lebensjahr stehen die Darmkrebsuntersuchungen an. Hier wird der Stuhl auf verstecktes Blut untersucht. Und Frauen bis zum 70. Lebensjahr haben Anrecht auf eine Mammographie der Brustdrüsen. Ab dem 55. Lebensjahr sollte eine große Darmspiegelung zur Früherkennung bzw. Vorsorge von Darmkrebs erfolgen. Sie fühlen sich gesund, das ist gut so. Aber bleiben Sie auch gesund. Gehen Sie zu den Vorsorgeuntersuchungen, auf die Sie auch Anspruch haben.